Kaum klettern die Temperaturen etwas in die Höhe, wird es auch schon wieder richtig heiß. Das amerikanische Dessous-Label Victoria's Secret präsentiert nämlich pünktlich zum Frühlingsbeginn die Bademode für den Sommer 2010. Die drei Engel von Victoria's Secret, Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio und Candice Swainpool landeten am Donnerstag in Los Angeles, um die Bademode des wohl sexiesten Wäsche-Labels zu präsentieren. Und da durften nicht nur die Topmodels, sondern natürlich auch die sexy Bikinis und Badeanzüge bewundert werden. Der Haupttrend in diesem Jahr ist sehr sexy. Alle Frauen wollen am Strand sexy sein. Wir haben auch noch einen anderen Trend. Davon will ich Ihnen gerne erzählen. Das ist der super sexy Trend. Hier ist er. Das ist eher klassisch super sexy. Doch die Bademode von Victoria's Secret ist nicht nur super sexy, sondern auch noch super praktisch, weiß Topmodel Miranda Kerr. Das Top, das ich trage, wird am Hals gebunden. So hält es alles an seinem Platz. Und hier drin befinden sich, wie sagt man doch, kleine Schaumstoffpads. Die geben dir den extra Push-up. Die kann man raus oder rein machen, ganz abhängig von der Oberweite und dem, was man sich als Frau so wünscht. Zurückhaltung ist bei der Bikini-Wahl in diesem Sommer wohl fehl am Platz. Die Schnitte sind in diesem Sommer sexy oder auch super sexy, ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Wer jedoch den ganz großen Auftritt liebt, der greift sicher zu Victorias Topless-Bikini. Der ist garantiert immer ein Hingucker, auch wenn man kein Victoria's Secret-Model ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017